Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video, oder fast schon zu einer kleinen Videoreihe. Und zwar für mich die schönste Woche des Jahres. 7 Tage im Himmel auf Erden, in Saalbach-Interklepp. Am Anreisetag fahren wir direkt nach dem Ankommen einmal den Huckleback-Trail. So verlangt es einfach die Tradition. Im Anschluss fahren wir auch immer noch die Blue Line, weil wir so direkt zu unserer Ferienwohnung kommen, ohne hochfahren zu müssen. Mit unseren Joker-Cards konnten wir aber eigentlich nur eine Gondelfahrt an dem Nachmittag machen. Christian hat sich extra noch informiert und herausgefunden, dass Lift-Tickets schon am Vortag ab 15 Uhr gelten. Wir waren so froh, doch nicht hochtreten zu müssen. Letztendlich wäre es aber doch besser gewesen. Auf der Blue Line-Abfahrt zum Haus ist auch noch ausgerechnet Christian blöd gestürzt. Auf einen Stein gefallen und ab ins Krankenhaus. Bevor unsere Gruppe überhaupt komplett war, hatten wir schon den ersten Ausfall für diese Woche. Und es war noch nicht der letzte Ausfall für diese Chaos-Crash-Woche. Oh nein! Oh nein! Leute!